Zack. Fini. Du machst das nicht ganz richtig. Du musst mit den Zehenstück abbeißen und den Hunden dann vorwürgen. Na, die Evi begreift das schon so. Weil so wird das eigentlich bei den Hunden gemacht, ne? Ja, aber ich möchte das nicht. Du weißt ja, als Veganer reicht mir das so schon. Okay. Warte Fini, hier ist ein Stück. So, nimm's. Also, Evi macht das gut. Evi macht das gut. Fred traut sich nicht. Evi hat's gut gemacht, ne? Fini ist sich noch nicht sicher. Evi, du schaffst das nicht. Na, Evi, die kann. Die war es, glaube ich, noch nicht. Evi hat ein bisschen noch свободiert. 登 concat. Ich hab nichts mehr drauf.